Wie kann ich in Lightroom noch schneller werden? Die Frage stellt sich, glaube ich, jeder, der irgendwie mit dieser Bildbearbeitungssoftware zu tun hat. Und Lightroom bietet dafür ein paar Möglichkeiten. Und eine davon möchte ich dir heute mal in diesem Video zeigen. Denn Lightroom kann auch ein bisschen was automatisch. Viel Spaß! Ich habe Lightroom geöffnet und ein Foto aus den Dolomiten mit dabei. Und ich möchte dir eigentlich nur einen ganz kleinen Trick zeigen, wie du ganz simpel und schnell vor allem deine Belichtung automatisch anpassen kannst in Lightroom. Denn ich bin mir gar nicht so bewusst darüber, ich bin jetzt hier in den Grundeinstellungen, ich bin mir gar nicht so bewusst darüber, wie viele Leute, die Lightroom benutzen, mal bemerkt haben, dass es hier ein Button gibt. Ja, hier bei den Tonwerten, da steht hier ein Button automatisch. Und ich glaube, dass den tatsächlich relativ viele übersehen, weil er relativ unscheinbar ist. Aber wenn man hier einmal draufklickt, dann wird Lightroom automatisch diese ganzen Tonwerte hier einstellen. Und zwar, ja, auf Grundlage des Histogramms hier oben. Man sieht, das Histogramm ist relativ ausgeglichen. Es stößt nicht rechts oder links an. Es ist relativ mittig. Ja, wir haben hier ein paar dunklere, ein paar hellere Bildbereiche. Direkt in den Mitteltönen ist relativ wenig. Und ich klicke jetzt hier einfach einmal auf diesen Button drauf und dann siehst du, was passiert. Boom. Das ganze Bild ist einmal quasi bearbeitet worden. Wir haben einmal die Belichtung, die hier ein bisschen reduziert wurde. Wir haben ein bisschen Kontrast reinbekommen. Die Lichter wurden relativ stark abgedunkelt. Die Tiefen wurden aufgehellt. Der Weißpunkt wurde ein bisschen nach oben gesetzt. Der Schwarzpunkt ein bisschen nach unten. Also auch hier sieht man jetzt, das Histogramm ist ein bisschen mehr in die Mitte zusammengerückt. Und gleichzeitig haben wir trotzdem rechts und links die äußersten Ränder wirklich bis an den Rand geschoben. Also die Schwarzwerte, da stößt hier sogar jetzt ein bisschen was an. Das ist ja auch okay. Bei den Weißwerten ist es nicht so. Das finde ich noch besser. Und wir haben sogar ein bisschen Dynamik hier noch mit reinbekommen in das Bild. Was nicht automatisch gemacht wird, ist hier oben der Weißabgleich. Also alles, was hier in den Tonwerten und in der Präsenz passiert, das wird automatisch eingestellt. Allerdings nicht hier oben die Farbtemperatur. Und da könnte ich jetzt aber auch einfach mal sagen, automatisch. Und mal gucken, was hier passiert. Ja, das gefällt mir schon deutlich besser, weil der Himmel nämlich vorher zu blau war. Jetzt ist das Ganze ein bisschen wärmer gestaltet. Und ich persönlich finde jetzt schon, wenn ich jetzt mal ein Vorher-Nachher mache, einfach nur zack, zack, Vorher-Nachher, finde ich persönlich, haben wir hier schon einen richtig guten Startpunkt zumindest. Es ist jetzt nicht so, dass das Bild komplett fertig wäre. Aber ich habe mithilfe von zwei Klicks, einmal hier auf den Automatisch-Button-Klick und einmal hier den Weißabgleich automatisch eingestellt, habe ich schon einen sehr, sehr guten Startpunkt, wie das Bild bearbeitet ist. Und jetzt könnte ich theoretisch natürlich noch reingehen und kleine Veränderungen machen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ja, so ein kleines bisschen Klarheit möchte ich noch mit dabei haben in dem ganzen Bild. Vielleicht möchte ich den Hintergrund eher so ein bisschen mehr mit Dunst versehen. Da würde ich jetzt hier mal noch eine kleine Maske erstellen mit einem linearen Verlauf und den jetzt hier einfach mal von oben nach unten so ein bisschen reinziehen. Da haben wir ja mehr den Hintergrund. Und dann Dunst entfernen, einfach mal so ein bisschen auf negativ gestellt hier. Mal schauen, ob das ein bisschen was bringt. Ja, das gefällt mir ziemlich gut. Wenn wir hier wirklich Dunst entfernen auf minus 30 so stellen, also relativ stark. Und gleichzeitig könnte man jetzt hier noch eine neue Maske erstellen. Diesmal den linearen Verlauf und diesmal ziehe ich den von unten nach oben. Das heißt, ich wähle jetzt hier so ein bisschen den Vordergrund an. Und hier könnte ich das Ganze einfach nochmal so ein bisschen umdrehen. Dunst entfernen ins Positive. Dann habe ich jetzt hier auch einen schönen Kontrast nochmal drin. Also im Vordergrund ist das hier wirklich sehr, sehr scharf und sehr kontrastreich und der Hintergrund eher ein bisschen weniger kontrastreich. Und dadurch gewinnt das Bild auch nochmal so ein bisschen Tiefe. Und schon vorher, nachher habe ich hier ein richtig cooles Ergebnis. Also probier es doch mal aus, falls du es noch nicht getan hast, einfach mal mit den automatischen Buttons schnell und einfach einen Startpunkt zu finden und damit vielleicht sogar ein bisschen Zeit zu sparen. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und vielleicht kannst du ja diesen Button noch gar nicht. Dann kannst du ihn ja vielleicht in Zukunft einfach mal so als Startpunkt mit einsetzen. Es gibt auch Leute, die sagen, nee, ich will das lieber alles komplett selber machen. Auch völlig okay. Aber einfach, dass man mal die Möglichkeit gesehen hat, was in Lightroom überhaupt machbar ist und was nicht. Ich hoffe, wie gesagt, es hat dir gefallen. Du kannst gerne unten einen Kommentar in das Video schreiben, was du in Zukunft vielleicht noch auf diesem Kanal sehen möchtest. Du kannst gerne einen Daumen nach oben geben und du kannst mich natürlich auch auf anderen Plattformen noch abonnieren, wie zum Beispiel Instagram, Vero oder schau auch mal bei meinem Podcast vorbei. Und falls du über Lightroom noch mehr erfahren möchtest, dann auf jeden Fall auch mal auf meinem Online-Store vorbeischauen, denn dort gibt es Videokurse für Lightroom für Anfänger und für Fortgeschrittene. Da ist also für jeden auch etwas mit dabei. Ich freue mich und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, mach's gut und ciao. Bis dahin, mach's gut. Bis dahin, mach's gut.